I'm the Chops and what the fucker Ich habe so das Gefühl Das geht Oh, der überlebt ist Der überlebt ist, der Monsuno Guck ihn dir an So Aerofunken Die Kraft der Elumi Celesta Der hat 80 Karten so hin Aber werde noch 50 übrig Aerofunken, Monsuno Uitz 2,8, das ist nicht so geil Was ist das jetzt? Ist das jetzt Schock oder was ist das? Schock wäre gut Weil das absorbiert in unserem Monsuno Und es wieder mit dem Hohler, ach, eigentlich ist es scheiße Oh ja, es greift der wieder 3 oder 4 mal an Du Arschloch, ich hätte schon gerne die Ekstase rausgebracht Wir haben Monsuno Tut mir echt leid, Allah Aber Der Sieger meint ja mal wieder Nerven zu müssen Die schöne Ekstase, die noch gern für die gesehen, Bruder Aber Es ist alles okay Es ist kein Problem, Mann Uitz Du machst jetzt mal hier Ex-Eis Ja, weil ich möchte hier gar nichts erleben Ah, da schweben die Rehe Machen wir nochmal einen Rapid-Schlag Uitz Scheiße Okay Dann kommt jetzt die gute Panda-Iri ausfällt Ein One Und erst Time Na komm, Panda Noch zeig, was du kannst Mädchen Immer so beim Apex-Spielen Stress schieben Aller Ich möchte jetzt aber auch hier in Final Fantasy was zehnmal eine junge Dame Keiner Insider an der Stelle Aber sie wird sich das wahrscheinlich eh nicht angucken Ich würde es mir nicht angucken So Die Panda mit dem normalen Eingriff mit einem High Kick, Aller Und Zwei Die hat echt eine richtig gute Abwehr, aber Eis Müsste jetzt eigentlich keinen Schaden machen und das ist geil, Aller Ja, nicht Siboy Scheiße, Aller Du kriegst sie nicht dauernd mit Eis Mach das Gerne, Dankeschön Vielen lieben Dank, Aller Ja, mach ruhig viermal Danke, Aller Und jetzt zeig dir, was Aller Jetzt gibt es nämlich den Himmelszorn Der Schaden ist nicht geil Der Schaden ist wirklich nicht gut Ja, aber solange er uns gegenhielt Ha, ist sehr doof Junge, das bringt nichts Aber das sieht man halt mal Der darf jemal in Folge angreifen, die dumme Sau Und putz Der wird 2-1 Panda Da bin ich besseres gewohnt Ach, das gelbe ist wahrscheinlich Elektro Ach ne, Anti-Z kommt jetzt Ja, und Was bringt das? Ja Junge Scheiße auf dich 33.000 High Kick Zack Für 7.000 Und noch mal einer für dreieinhalb Geil Und jetzt Machst du eh gleich wieder deinen Eiss Scheiß-Trick Halt uns damit wieder hoch Ich weiß nicht, wie viel Defense-Punkte die gute Panda hat, aber das muss so um den Musi, um den, ja um den Moduno-Bereich sein Und jetzt müssten wir eigentlich dann demnächst wieder Eis-Attacken kommen, ne? Außer er wechselt jetzt das Element, er wechselt das Element, geil, auf Wasser Sexy, alle Okay Panda Zieh's, tu mir den Gefallen und zieh's bitte bis zum Schluss Oh nein, ich dachte Können wir da irgendwo speichern? Ein Panda ist halt leider eh nicht geheilt Ne, ich mach mal, ich mach mal den Cleveren Zurückrufen Ich mach mal den Cleveren Ich mach mal den Taktiker, ja? Auf jeden Fall Panda Dankeschön, dass du bei uns am Start warst Korrekt von dir Fuck, ich wusste es Oh nein Scheiße, ich wusste es Und jetzt wird er nicht mehr an Teig Ja, korrekt Ja, ein schöner Heal Das tut gut Und jetzt voll Druck, Brommel Zack, 3, 4 Korrekt, weiß man Kann ich nochmal um 2000 circa Das reicht, das ist gut Ja, perfekt Teig ist drauf Ups Orin, druf Geiler Aber der greift gleich wieder mit viermal Wasser an Der Spaß Also machen wir jetzt hier Ex-Wasser Perfekt Perfekt Und teilt es Bevor auch irgendwie nur Einem Spiel Was man kann die Dinger angreifen Scheiße, das check ich jetzt Cool Ja, jetzt wo er eigentlich schon fast im Arsch ist Der Junge Egal Oh nein, jetzt fängt er wieder mit der Scheiße an Oh nein Das ist verdammt unkluh, du Arschle Aber jetzt ist doch die Chance für den dicken Hütter Bam Okay Wir sind Korki Und wir beschwören dann direkt den Musi Den sehen wir ja gerade aktuell in Borderlands Let's Play Ich brauche dann zwei Verzeihung Und der Ada Musi auch schon richtig gute Figur gemacht Und in Final Fantasy bisher auch immer Also ich erwarte nur Höchstleistung in Musi Hast du gehört? Nur Höchstleistung Alla Kommt runtergespattert Äh, gespattert Ja Ja Oh Mann Sorry Die Entfernung ist zu groß Alla Alla Musi auf Die Mund Scheiße Äh Ach, wenn wir da draufklopfen Dann wechselt er sein Element oder was? Ja Lahnweilig Der Musi ist ne fucking Maschine Du kannst ihn gar nicht Nee Nee Du Die ganze Musi ist ein Scheißdreck Oh 4.000 Das war's Noch nicht Noch nicht Okay Jetzt dreht er auf Wasser Auf Ja Elektro Okay Ja Das macht doch nichts Da freut mich jetzt nur zu, Alla Aber Musi Nee Video übertreibt völlig Du musst völlig übertreiben Beide deines Amtes, Musi Und klatsch Diesen Drecksack Weg Danke, Alla Ja, mach nicht so Junge Wir haben dich sogar einmal gewonnen mit dem Zero Star, Alla Glaube ich auch nicht, dass du auch nur eine geringste Chance gegen uns hättest, Alla Oh, Profia, Ziel des Hasses Korrekt Hab ich schon folgenden Titel Heh Oh, 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 oh Jetzt, Yuna, send him Send him Und zwar jetzt Und tschüss mit den Jungen Mit der Musik, wie geil Und hau ihm noch richtig mit dem Stock auf den Körbis, bitte Oh, Musi geht aus Bist du ja zweimal vorher abgehauen Alla Ach, halt die Stauze Oh, er ist weg Ein sehr großes Problem haben wir jetzt wenige Sin will be right behind you Richtig Richtig Aber die Übersetzung war wieder scheiße Ja, korrekt Ja, das sind dicke Punkte Ein Vario-Schwert, Alla Ah Ah, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Okay, Ausrüstung Ein Vario-Schwert Na, dann zeig mal her, was da ist Zeitangriff Ja, ne Mit dem Herzschmerz sind wir ganz zufrieden Mal, wir gucken wir uns kurz die Punkte führen Teiles an Da können wir nochmal HP generieren, aber da drüben auch Ah, Mann, ja, wir gehen da rüber Weil dann ist der Weg da Ja, drauf, Mana passt auch Und geschick Ja, Victor, sehr gut Ja, komm, das machen wir jetzt geschneit Ist ja nicht so schlimm Wir machen mal ein, zwei Minuten drauf Der passt dann Geschick In der Augen, der braucht noch ein ganz ordentliches Stück Geschick, Alla Oh, mit Juna können wir auch wieder was holen Oh, sogar gute Sachen Ja, hier, Magie Es gibt die Magie-Angriffe nochmal drauf Und da nochmal Geil Das lohnt sich richtig Ja, Reflex, okay Ausweichen ist auch nicht ganz verkehrt Wacker ein Aber der geht eigentlich nicht Oh, der Angriff geht nochmal Juuu Ja, einer, aber Besser als nix, jo Ähm Wirst du nicht geheilt, sehe ich So jetzt aber Grubbel Juna, geh mal raus für den Wacker Mach dir mal Platz Zweit hast du für den Stab dabei Null-Monster-Stab Ich will aber nochmal Die Monster für diese Gegend hier abchecken Ja, MP passt Okay, hier ist echt neblig Aber jetzt noch safe auf, Monster Was wäre Ja, ich wollte ja gerade sagen, was What? Äh Was sah los? Hallo Passt aber volle Kanäte, Digga Hallo Bruder Aber ich glaube, da brauchen wir den Panzerbrenner Yo Der war gut Der war gut Mach mal anfeuern, Wacker Weil er geht's für alle mehr durch Schlagskraft aller Und jetzt habe ich mal richtig verreinend Und die Fresse reinhauen Trisaster Gebe Immun-Scheiße Oh Ah, okay Ja, aber tut nicht so, wie man denkt Es waren nur 1200, das geht Uts 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 Geh da nochmal was mit dem Panzerbrecher, Alter Bats Und Zack Bam Hier kriegt's von mir zu übel auf die Fresse Aber der hat halt wahrscheinlich viel Leid Uh, okay Hau mal drauf Weil du kannst doch auch das Ja, immer besser als nix, Alter Oh, Alter Der haut so drauf, also ist das geil Zack Und nun mal eine schnicke Heilung Jetzt beendet es doch mal jemand, Mensch Ja, komm Riku, komm mal rein hier Und zeig mal, was du alles mit deinem dicken Handding ins da machen kannst Sternschneider Aber Äh, was? Was, Alter, bist du bescheuert? Das ist ja Pflegezahlen, Alter Man, tatsächlich ist immer noch nicht daumen Ey, was geht? Voll halt Uff 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 So, aber wenn man hier echt noch richtig fett leveln kann Da hab ich so das Gefühl Dass es hier echt noch lange nicht vorbei ist Ich hab Ich hab eigentlich gedacht Ich kann schon mit der letzten Aufnahmesession Das Spiel abdrehen, aber So, ihr habt ja gesehen Ich hab ja gesehen Ein feuchten Scheißdreck Ah, haben alle gar keine Chance mehr Ich muss aber den Fliegelton wegkriegen Weil Verwirrung konfus Das ist das schlimmste, was uns passieren kann In der Truppe Fair Allo Das ist einfach gut Die Truppe ist richtig brutal unterwegs Ich weiß nicht Wir gucken uns doch mal einmal Monster an Wenn da jetzt noch was Neues dabei ist, dann gern Ja, er schon wieder Ja, nee Ich möchte mal gern was testen Das verzeiht mir jetzt bene Aber ich würd's gern testen Weil der Auron hat ja einen fetten Ekstase-Move am Start Hallo Sieh der Reed Wird der gewonnen Der wird gewonnen hier, denn Ohne Probleme Ich hab nur die Hass angemacht, dass ich den danach auch wegprügeln kann Falls er doch überlebt Aber, ja Schiss, würde ich mal sagen Ja, gut Ich glaub Wir haben jetzt das gesehen Und jetzt ist es auch wieder okay Also power-technisch brauchen wir uns echt Okay, was sind das für Zeichnen am Boden Also power-technisch brauchen wir uns echt keine Sorgen machen Die sind echt gut unterwegs mit der Power Okay, da hin Auch guck er an Ah ja Nice So lobe ich mir das Final-Elixier Okay Damit kann man was Gutes basteln Hab ich gehört Sakase Ne, okay Korrekt Da gibt's zwei Ausgänge, Leute Oh, hey Aller Ach Ach Nein Ach komm schon Oh nein Mann Das hätte ich wissen müssen Verdammte Scheiße Aber ist das jetzt Ne, das ist ja nicht Senna-Kent Ah toll Hier hätten wir Licht lang dürfen Ach man Aber das ist ja jetzt hier nicht Senna-Kent Das ist ja irgendwas anderes Ah Ja, aber ich will jetzt hier nochmal rechts lang Ne Ich möchte das auf jeden Fall erkunden Und hier wären wir ja auch lang gekommen Safe Wären wir jetzt nicht da dumm runtergefallen Äh Wett Ja, hab da Und nun Hinunter Ähm Äh Nein Na Nein Ah Guck mal an Königin Wache Was ist das Das hört sich gut an Moment Das machen wir aber so Items Oh fuck Ach Das wird jetzt wieder ewig dauern Ah ja Dann Möchte ich An dieser Stelle Den lieben Merz Grüßen Unseren Augenzeuge Philipp Abi Wir müssen mal wieder vorbeikommen Denn Der Merz hat eine richtig geile Aktion aufschauen Bei seinem Namen Allah Eine Not-Extase Okay Hm Ja Ah Ich finde ihn eigentlich mit null Monster Es gibt eigentlich Es gibt eigentlich keinen besseren Stab so Aber ich glaube ich hätte noch ein Item kriegen können Ich döde Also ich finde eigentlich den null Monster Stab Um ehrlich zu sein Da geht nichts rüber Der Stab ist geil Und sei ich ehrlich Also Schon richtig gut Ach ja Aber falls wir ins Game Over reinlaufen Leute Möchte ich eigentlich nochmal speichern Dass wir das nicht nochmal machen müssen So Oi Was ist das denn jetzt schon wieder Okay Okay Alright Ich gehe speichern Ich gehe speichern Viele liebe Grüße gehen raus an den Chef Wenn er sich das auch anguckt Also meine lieben Freunde Dann würde ich sagen Ich wünsche euch was Bleibt Zauber Und haut rein Bis zum nächsten Mal Scheiß Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.